Alter. Fuck. What the fuck, ey? Ich hab bei Rambo zugeguckt, der spielt so als wäre es Deathmatch einfach so. Er ist so halb konzentriert und schickt einfach alles weg. Und dann hab ich halt geguckt, dass er sich halt so kauft und was er macht. Und ich lande bei der Tankstelle. Ach so, stimmt. Ich bin in Outlet gegangen. Was ist es? Jetzt kriegen wir easy die Wins rein. Ich komm mir das Ding auch. Ich hab jetzt ganz oft schon 3000 Dollar gehabt und wusste nicht, was ich damit machen soll. Das kommt jetzt direkt zum Einsatz. Vor mir ist eine Kiste, ich kann sie nicht öffnen. Geiler Scheiß. Alter, hier sind so viele rote Kisten bei mir. Ja? Das gibt's doch gar nicht. Ha jawoll. Das Ding hat zwei Fässer aufgesprengt. Ist bei dir noch alles cool? Ja, alles gut. Ok. Ich pick mir hier kurz das Geld. Ich glaub bei mir ist eh noch keiner. Ja, ich bin ganz allein hier hinten im Eck. Also wenn du noch Zeug brauchst, kannst du auch nach hinten kommen. Ich glaub hier ist nicht viel los. Ah ja, ich sehe einen an der Brücke. Hat man glaub ich auch kurz gesehen. Ah beim Wasser oder was? Hm. Ah ja, ich seh die große. Dieses Pier. Ja, zwei, zwei. Ich muss weg. Ah scheiße, okay. Ich muss gucken, dass ich noch schnell Muni sammle, wo die mich fissten. Oh, 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 oh. Machst du raus? Weiß ich. Ja, bis jetzt ja. Ich hab mich mal hochgehalten. Schau mal ab. Einer weg. Einer weg. Okay, der ist da close bei mir. Ich renne weg. Hab fast keine Muni mehr. Ich leg ne Bombe und renne weg. Aber einer ist down. Ich hab auch sonst nichts mehr, also waffenmäßig. Ich steh nicht mehr. Ah, da ganz hinten steht einer. Jawohl, ich hab gekillt. Ich hab gekillt. Oh, nice. Ah, ich hab vorhin im Stream auch einen mit ner... Mit nem Safe gekillt, den ich geknackt hab. Ich renne dann direkt wieder hin und versuch den Gram zu snacken. Ich hab für dich auch ne... Ah, du hast ne Pistel, okay. Also hier ist noch Gram bei mir, wenn du was brauchst. Hier ist noch ein Parachute. Gut, der ist jetzt nicht so sinnvoll. Alter, wo war der denn? Warum ist der denn einfach... Ah jo, der war im Wasser! Weißt, der wollte wohl noch wegschwimmen, aber hat's von der Geschwindigkeit her nicht mehr geschafft. Hier ist ne MP. Komm ruhig mal zu mir. Hier direkt im Wasser ist ne MP. Bei den Silos, glaub ich, steht auch einer. Bei mir hier? Also hinten bei uns hier? Warte mal, ich muss kurz... Ich komm zu dir. Paket abholen. Ja, neben uns ist irgendwo was. Oh, hier ist ne rote Kiste. Okay, ich hab eigentlich ne MP. Ich bin jetzt auch bei dir hier bei den Kisten. Lass mal diesen Circle mal kurz checken, wo gleich rot wird sowieso. Der muss da raus. Wir können den raussnacken. Ist der immer noch da drin? Da, da vorne bei diesen Fässern. Vermute ich mal. Hier. Silo. Da muss hier irgendwo einer drin sein. Ich geh nach links. Ja, bei mir. Ist weg. Weiß. Hier ist ne Tasche mit Geld. Und? Ich hol mir dann gleich 800 Kilo Munition, weil sonst hätt's von mir eng. Oh nein. Oh nein. Oh, ich hab mir fast die Munition dumm droppen lassen. Ich hoffe, die Drohnen fliegen noch ein bisschen. Kommt, Röhnchen, schnell, fliegt, 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 fliegt Drohnen. Die können kaputt gehen, ne? Im roten. Die haben's gedroppt. Die haben's gedroppt. Fuck, die haben beide Munitionskisten im roten gedroppt. Oh mein Gott. Ich steh jetzt hier leider da mit ultra low Money und hab jetzt 2.000 Dollar verbraten. Hier gibt es Munition. Was bei dir ist? Hier ist. 200 jetzt. Brauchst du nichts? Ne, ich hab's genug. Nehm mir für die Pistole, soviel, dass ich da drin neun hab. Soll ich ganz aufbrauchen? Ja, brauch's auf. Danke, Ray. Da vorne ist ein Airdrop. Ich schnüffel schon wieder der Wind da. Ich hab voll Schwierigkeiten, wenn mein Inventar dann so voll ist, da dann das Richtige zu finden. In der Hektik. Das Ding bei dir? Ist das schon down, der Airdrop? Ja, der ist down. Hast du aufgemacht? Nein. Ich warte kurz, ob den jemand haben will. Ja, da ist jemand. Ich komm von rechts. Ich hab nichts gesehen. Da war im Gras irgendwo. Oh, beide weg. Shit, Mann. Fuck, was? Das ist zu langsam. Sorry. Wo ist der jetzt hin, der Gauner? Scheiße, Mann. Irgendwo war noch einer. Boah! Boah! Und die Drohne aussehen abgeschossen. Shit. Ah! Schmeiß ich das Zeug weg. Genau das meine ich. Ich krieg's da nicht gebacken hier mit dem Scheiß. Mal gucken, ob er ist der Einzige weiter hier. draußen rumgegammelt ist. Aber was liegt denn da rum? Nix. So, drop den Scheiß. War grad mal gut, dass ich doch die Munition hatte. Für die Pistole. So. Weißt du, wie jemand da hochkommt aufs Dach? Ah, von hier. Aua! Aua! ... ... Scheiße. ... Letzter. Fuck, ich brauch die Muni. Ich gucke einfach, ob ich ihn hiermit wegblasen kann, wenn nicht bin ich geliefert mit 4 Schuss. Oder ich gönne mir hier einfach irgendeine Waffe, die hier rumliegt. Oh ja, damit sehe ich, wo der ist. Schade. Oh Gott, der ist auch hier drin? Da ist der Tod. Ja, der muss bei dir sein. Kein Geld für den Mond? Doch, doch, aber da weiß er sofort, wo ich bin. Ich bin low. Da bestellt sich auch was. Also er wird jetzt definitiv Moon haben. Ich versuche ihn einfach zu sprengen. Ah, die fliegt von da weg. Muss das da irgendwo sein? Was habe ich denn in der Piste? Nach 6 Schuss. Oh, ich habe ihn eben gesehen. Fuck, Alter, wo ist der? Ich habe ihn gesehen. Da drin. Surprise, motherfucker! Fuck! Oh no, 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 no. Oh no, no, no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Valerio, Alter. Nice. Easy piece, 11 squeezy. Ich will wissen, ich will echt wissen, was der jetzt... Den Nate hat ihn voll getroffen. Ach so, ich habe da vorne hingemollied und dann konnte er nicht weg. Alter. Come on. No. Alter. Acht Kills. Oh, krass. Pff. Das war ein Lack des Grauens, dass der am Schluss in das Scheißding reinrennt. Und zu guter Letzt gibt es hier für euch jetzt auch wieder ein Skin-Giveaway. Das heißt, ihr schreibt jetzt einfach unter dieses Video, wie euer krassester Moment in diesem neuen BR-Modus eben war. Egal, ob ihr gewonnen oder verloren habt. Einfach ein starker Moment für euch. Und unter diesen ganzen Leuten, die dann hier eben kommentieren, wird dann ein kleiner Skin-Ver schenkt. Jetzt nichts Großes, nichts Weltbewegendes, aber geschenkt ist geschenkt. Natürlich könnt ihr euch auch hier gerne äußern, wie euch das Video gefallen hat. Könnt ihr auch mit Daumen machen, Lirum Lahum, so wie ihr eben lustig seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Livestreams nicht vergessen. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.